Hallo meine lieben Zuhörer und auch heute bin ich der Callcenter Crusher. Ich dachte mir, wir könnten heute mal gemeinsam aufs Kryptokind warten. Seid ihr auch schon so gespannt, ob es uns reichlich mit mildtätigen Gaben beschenkt? Vielleicht gibt es ja Bonus für den Nussknacker unter Weihnachtsbaum. Es kann aber auch sein, dass man uns festliche Angebote macht, unsere Taler mit Hilfe eines Weihnachtswunders zu vermehren. Wie dem auch sei, seid gespannt, welch gutes Werk die an uns tun wollen. Denn wie immer geht es nach dem Intro los. Jo moin. Hallo, guten Tag, spreche ich mit Herrn Bergmann? Jo, das bin ich. Herr Bergmann, ich grüße Sie bitte. Ich bin Amelie Holz. Ich melde mich von Online-Handelsplattform. Sie haben bei uns ca. von 10 Minuten die Anmeldung gemacht. Ja, auf unserer Online-Handelsplattform Double Capitals haben Sie Daten eingegeben, ja? Jo. Super, Herr Bergmann, ich bin Ihre persönliche Ansprechpartnerin. Und ich werde Ihnen alle weiteren Schritte sehr gerne erklären, wie es bei uns läuft, wie es funktioniert. Okay? Jo, dann erklären Sie mal. Danke Ihnen. Herr Bergmann, zuerst möchte ich gerne fragen, ob Sie Erfahrung in diesem Bereich haben oder das ist alles ganz neu für Sie? Nee, ich habe keine Erfahrung nicht. Okay, alles klar. Das ist überhaupt kein Problem, Herr Bergmann. Von unserer Seite bekommen Sie volle Unterstützung und professionelle Hilfe. Herr Bergmann, sobald Sie Handelskonto aktivieren, von unserer Seite erhalten Sie Ihren eigenen Finanzberater. Und dieser Mensch erklärt Ihnen, wie Sie handeln und wie Sie Geld verdienen können auf dem Finanzmarkt. Herr Bergmann, ich habe noch eine Frage, bitte. Wo haben Sie über uns gelesen? Wo haben Sie die Informationen über uns gekriegt? Irgendwie? Also, wie haben Sie unsere Plattform gefunden? Ja, bitte? Irgendwie im Internet. Im Internet. Kennen Sie dieses Internet? Bitte, Herr Bergmann, wie bitte? Kennen Sie dieses Internet? Kann ich dieses Internet? Was meinen Sie ganz genau, Herr Bergmann? Ob Sie das kennen, tun, tun. Internet kann ich eigentlich, aber ganz genau, was meinen Sie? Jo, eben dieses Internet. So habe ich das gefunden. Aha. Okay. Und wie, also, diesen Namen haben Sie eingegeben oder wo, wie war das bisher? Wenn ich fragen darf, Herr Bergmann. Ja, ne, ich habe da irgendwie eine Seite gefunden und da habe ich mich dann angemeldet tun. Alles klar. Okay. Danke Ihnen. Herr Bergmann, wissen Sie bestimmt, ja, dass es bei uns minimale Startkapital gibt und das ist 250 Euro, ja? Ne, woher soll ich das wissen? Auf unserer Plattform haben Sie das nicht gesehen? Ne. Okay. Was war dann Ihre Vorstellung, Herr Bergmann, bei der Registrierung? Wie viel wollten Sie bitte investieren? Das weiß ich noch gar nicht. Ich weiß ja noch gar nicht, wie das funktioniert. Okay. Herr Bergmann, bei uns gibt es minimale Startkapital, wie gesagt, das ist 250 Euro. Und zumindest mit dieser Summe können Sie Handelskonto aktivieren, um Handelsprozess anzufangen. Jetzt, was denken Sie? Wie viel möchten Sie investieren? Die niedrigste Summe bestimmt am Anfang, damit Sie unsere Plattform testen, ausprobieren oder wie sieht es aus? Jo, testen klingt gut. Testen klingt gut. So, meinen Sie, Sie werden mit niedrigster Summe ansteigen, mit 250 Euro, oder? Jo, zum Testen klingt das gut. Zum Testen klingt das gut, was meinen Sie, Herr Bergmann? Also, können wir Handelskonto aktivieren? Haben Sie Interesse daran? Haben Sie das nicht verstanden, was ich gesagt habe? Jo, zum Testen klingt das gut, habe ich gesagt. Okay. Also, mit dieser Summe werden Sie unsere Plattform testen, ja? Jo, das wäre gut. Alles klar. Herr Bergmann, welche Einzahlungsmethode ist für Sie lieber, bitte? Zum Beispiel, haben Sie Kreditkarte, Paypal oder nutzen Sie Online-Banking? Was ist lieber für Sie? Ich habe nur Bankkonto. Bankkonto. Haben Sie gar keine Kreditkarte? Nein. Oder Mastercard? Nein. Nein. Okay. Paypal auch nicht, Herr Bergmann? Nein. Alles klar. Also, Sie möchten nur Überweisung bei uns tätigen, ja? Jo. Mit ganz normaler PayPal-Überweisung. Das kann ich so machen, Jo. Okay. Sehr schön. Wir haben auch europäische gebührenfreie Bankverbindung und ich kann diese Bankrechnung vorbereiten unter 250 Euro, ja? Jo. Okay. Machen wir dann so, Herr Bergmann. Unsere Plattform haben Sie schon gesehen. Sind Sie wieder online bei uns oder haben Sie schon die Seite zugemacht? Nee, das habe ich schon zugemacht. Das ist nicht mehr offen. Okay. Ich kann Ihnen erneut per E-Mail einen Link von unserer Plattform schicken, womit Sie jederzeit bei uns online gehen können. Okay? Jo. Machen wir dann so, ich sende Ihnen als Antwort eine Nachricht, wo steht, äh, Passwort haben Sie bei uns schon hergestellt, Herr Bergmann, oder? Noch nicht. Haben Sie schon eigenes Passwort bei uns? Nee, ich habe nur so ein Passwort, um... Das musste man sich ja wählen da, ne? Bei den Eintragen. Ich werde dann... Okay, äh, Herr Bergmann, ich werde für Sie einmaliges, vorläufiges Passwort generieren und dann können Sie dieses Passwort ändern. Ich zeige Ihnen das auch, wie Sie das machen können, ja? Ja, und wie kann man nun Geld verdienen bei Ihnen? Wie bitte, Herr Bergmann? Und wie kann man nun Geld verdienen bei Ihnen? Wie kann man Geld verdienen? Äh, Sie können bei uns, also auf dem Finanzmarkt, gibt es viele verschiedene Finanzinstrumenten. Ja, wie zum Beispiel Kryptowährungen, Aktien, Röchstöfe, Öl. Sie werden dann Richtiges für Sie aussuchen, wenn Sie Anruf von Ihrem Finanzberater bekommen, Herr Bergmann. Ja, natürlich, die sind hochqualifizierte Fachexperten, die arbeiten schon seit Jahren auf dem Finanzmarkt und von diesen Menschen bekommen Sie live, sofortige Signale von dem Finanzmarkt, welche Finanzinstrumenten zurzeit mehr profitabel sind. Dann können Sie dann Richtiges aussuchen, was für Sie mehr Profite bringt. Natürlich, das ist unsere Zusammenarbeit und gemeinsame Interesse. Ich weiß das doch gar nicht. Ich bin doch ein Anfänger. Woher soll ich denn das wissen? Genau. Das habe ich gemeint, Herr Bergmann, weil Sie Anfänger sind und weil Sie noch keine Ahnung haben, welche Finanzinstrumenten sind, mehr profitabel und so weiter und so fort. Diese professionelle Hilfe bekommen Sie von uns, also von Ihrem Berater. Sie bekommen Anruf zu der von Ihnen gewünschten Zeit von diesem Mensch. Diesen Termin werde ich für Sie organisieren. Okay, ich werde Ihnen also bei der Kontroaktivierung helfen. Dann ich zeige Ihnen Ihre investierte Summe auf Ihrem Handelskonto gutgeschrieben. Und dann können wir schon einen Termin mit Ihrem Berater vereinbaren. Gut, dann mal los. Machen wir so. Zuerst ich zeige Ihnen Ihr Handelskonto. Wie gesagt, Herr Bergmann, und jetzt habe ich eine Nachricht gesendet. Als Antwort, ja, Sie haben schon eine Nachricht von mir bekommen. Jetzt aktualisieren Sie bitte Posteingang, Herr Bergmann. Und dort bekommen Sie wieder eine neue Nachricht von mir. Dort steht Link zu unserer Plattform. Jetzt, ich gebe Ihnen auch einmaliges Passwort zuerst. Ja, da ist eine Mail angekommen. Ist angekommen. Dort steht sowas, Herr Bergmann. Unter dem folgenden Link gelangen Sie direkt zu Ihrem Konto und dann ein blauer Link, ja? Ja, da ist er. Bitte klicken Sie da drauf und dann bekommen Sie bitte zwei Felder. E-Mail-Adresse und Passwort, ja? Ja. Ja, jetzt, Herr Bergmann, im ersten Feld natürlich Ihre aktuelle E-Mail-Adresse geben Sie ein, bitte, womit Sie bei uns registriert sind. Ja, muss ich mal da eben eintippen. Ja, nehmen Sie ruhig Zeit. Dann ich diktiere Ihnen einmaliges Passwort. Herr Bergmann, brauchen Sie bitte schon das Passwort, oder wie weit? Nein, ich bin doch da jetzt schon drin, ne? Ach so, haben Sie schon eingegeben. Super. Herr Bergmann, jetzt sehen Sie schon ein grünes Quadrat, ja? Grünes Fenster, wo steht Konto und daneben die Zahlen. Sehen Sie sowas? Ja. Super. Herr Bergmann, das ist Ihre persönliche Kontonummer bei uns, also das ist Handelskontonummer. Sie werden damit Ihre Transaktionen auf dem Finanzmarkt identifizieren. Außerdem, Server MT4 steht dort, das ist unsere Software. Sie wissen schon bestimmt, bei uns, Sie können mit automatischem Software handeln, ja? Und daneben steht auch weiße Taste Handel. Und von dort werden Sie bitte am Handelsprozess teilnehmen. Aber die professionelle Hilfe, damit Sie die Software mit richtigem Handelsstrategie einstellen, bekommen Sie, wie gesagt, von Ihrem Finanzberater. Herr Bergmann, als Saldo sehen Sie bitte 0 US-Dollar momentan, ja? Ja, 0 US-Dollar vor. Genau, Herr Bergmann, ganz genau dort bekommen Sie Ihre investierte Summe bis zum letzten Cent gut geschrieben. Die Summe wird natürlich im US-Dollar umgerechnet dort, weil die Hauptwährung... Also, Handelsprozess läuft in dieser Währung allgemein auf dem Finanzmarkt. Aber Ihre Transaktionen, Sie können in Euro tätigen. Herr Bergmann, jetzt bitte, so sieht Ihr Handelskonto aus. Sie können natürlich das Passwort auch ändern. Da steht ganz oben und rechte Seite so ein Menschenzeichen, Kopfzeichen. Ja, da oben. Ja, genau. Dann zweite ist Passwort ändern. Ja. Ja, jetzt als aktuelles Passwort. Sie brauchen wieder dieses ABC1234, ja? Ja. Und dann neues Passwort können Sie herstellen. Herr Bergmann, wieder Buchstaben und Zahlen verwenden Sie. Und ein Buchstabe wieder groß. Ja, da muss ich mir was überlegen. So, wie geht das nun weiter? Das können Sie sogar, ja, das können Sie sogar nach unserem Gespräch in Ruhe machen. Einmaliges Passwort haben Sie schon im Nachricht, steht das. Herr Bergmann, jetzt, wie gesagt, Sie haben mir gesagt, Sie möchten mit Überweisung bei uns investieren. In diesem Fall, ich vorbereite für Sie offizielle Bankrechnung und ich diktiere Ihnen natürlich auch von meiner Seite die Bankverbindung Empfänger, IBAN, was Sie für die Überweisung brauchen. Dann die Summe bekommen Sie auf Ihrem Handelskonto gutgeschrieben, dort, wo Sie momentan Null sind, ja? Und dann können Sie schon im Handelsprozess sehr gerne bei uns anfangen. Sie erhalten Ihren eigenen Finanzberater und ich organisiere einen Termin für Sie. Machen wir so, soll ich diese Bankverbindung für Sie vorbereiten, ja? Ja, dann schickt mir die mal per E-Mail am besten. Dann kann ich mir die ausdrucken und dann kann ich die mit zur Bank nehmen. Sehr gerne, Herr Bergmann, aber also meinen Sie, Sie nutzen keine Online-Banking, nur durch die Bank können Sie überweisen? Ja, genau. Ich habe noch zu meinem Jochen. Ich gehe zum Jochen auf die Bank und der überweist das. Ich verstehe, also mit Internet überweisen Sie es nicht. Alles klar, nutzen Sie kein Online-Banking. Kein Problem, ich sende Ihnen das sehr gerne. Herr Bergmann, aber bis dahin, wegen Regulation und Formalität, jeder Kunde bei uns hat sein eigenes Portfolio und wegen Formalität habe ich nur ein paar Fragen, damit ich für Sie die Bankrechnung vorbereiten kann. Wenn ich fragen darf, Herr Bergmann, wie alt sind Sie bitte? Was ist Ihr Alter? Ich bin 57. 57, okay, alles klar. Ihre Staatsangehörigkeit ist deutsch bestimmt? Jo. Okay, Herr Bergmann, was machen Sie bitte beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin Hufschmied. Nochmals bitte, Herr Bergmann. Ich bin Hufschmied. Hufschmied. Ich weiß schon, Sie haben keine Erfahrung in diesem Bereich. So haben Sie mir gesagt, ja? Jo, das haben Sie nicht vergessen. Das ist gut. Ja, Herr Bergmann, Hufschmied, so heißt Ihr Beruf, ja? Jo. Hufschmied. Okay. Alles klar. Danke Ihnen. Herr Bergmann, wie schätzen Sie bitte, in welchem Zeitraum schaffen Sie diese Überweisung zu tätigen? Bis wann soll ich auf Sie warten? Jo, ich muss ja erstmal zur Bank fahren, ne? Das geht ja nur nicht in fünf Minuten. Natürlich, das ist kein Problem, aber, Herr Bergmann, damit Sie Bescheid wissen, bis 17 Uhr bleibe ich im Büro, aber bis dahin schaffen Sie es bestimmt, glaube ich, ja? Bis 17 Uhr, Herr Bergmann. Das weiß ich noch nicht. Ich muss ja auch noch ein bisschen arbeiten. Okay, machen wir so. Ich sende Ihnen diese Bankverbindung per E-Mail, Herr Bergmann. Ich hätte eine Bitte an Sie bei der Überweisung. Alles ganz genau so geben Sie ein, wie es in meinem Nachrichten wird. Ja, also ohne Extrawörter oder Ziffern oder wenige Wörter oder Ziffern. Nur die Daten ganz genau so, was in meinem Nachrichten wird. Okay, und am Ende, wenn Sie schon Transaktionsbestätigung bekommen von Ihrer Bank, ja, diese Papiere einfach abfotografieren Sie bitte und senden Sie mir zurück als Antwort wieder per E-Mail. Die Bestätigung senden Sie mir bitte unbedingt, Herr Bergmann. So können wir Ihre investierte Summe schon heute auf Ihrem Handelskonto gut schreiben, okay? Wie soll ich das denn? Dann muss ich ja erst einen Fotoapparat mit zur Bank nehmen. Nein, Herr Bergmann. Brauchen Sie kein Fotoapparat? Nutzen Sie Handy bestimmt, ja? Nein. Haben Sie Handy? Nein? Kein, was fotografieren kann. Also mit Ihrem Handy können Sie das nicht fotografieren, Herr Bergmann? Oder hat jemand vielleicht dabei ein Handy? Ja, ich weiß noch nicht, wer da ein Handy ist von den anderen Leuten. Dann können Sie vielleicht diese Bestätigung, Transaktionsbeleg, Herr Bergmann, mitnehmen und einscannen lassen. Können Sie sowas machen? Scannen? Ne, dort habe ich nicht. Ja, genau. Aber Sie sehen doch dann, wenn mein Geld bei Ihnen angekommen ist, dann sehen Sie das doch. Das sehen wir nicht sofort, Herr Bergmann. Das dauert ein paar Werkstagen. Ja, das ist doch nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ja, also, aber trotzdem, Herr Bergmann, wenn Sie irgendwie dieses Foto mir senden könnten, es wäre super, weil ich für heute für Sie Bonusgeld reservieren kann damit. Wir haben heute Tagesaktion. Deswegen, extra 50 Dollar bekommen Sie von unserer Seite, wenn wir heute Ihr Handelskonto aktivieren. Also, das bedeutet, wenn ich heute Ihre Bestätigung habe, ja, und das an unserer Buchhaltung weiterleite, sofort bekommen Sie auch dieses Bonusgeld von unserer Seite. Das ist die beste Möglichkeit für Anfänger. Damit können Sie ein paar Schritte aufmachen, also auf unseren Kosten. Ja, damit können Sie unsere Software ausprobieren und erst danach Ihre Investierte 250 Euro verwenden, ja. Ja, das ist gut, aber ich weiß ja gar nicht, wie ich, da muss ich ja ein Fotoapparat mitnehmen und dann muss ich den Film entwickeln und dann muss ich den Film abholen, um ein Foto abzuholen. Ja, und wie geht das dann per Mail schicken? Ja, also eigentlich, Herr Bergmann, per E-Mail irgendwie, wenn Sie mir das schicken... Ja, wie denn? Wie kriege ich denn das Foto in die E-Mail? Das Foto also eigentlich, vielleicht hat jemand Handy auch dabei, oder ist jemand zu Hause bei Ihnen, wenn ein Android oder solches Handy hat? Nee, haben wir heute nicht. Wir leben ja auf dem Land, wir haben sowas nicht. Okay, weiß ich nicht. Also einscannen lassen können Sie das auch nicht, ja? Ich habe heute keinen Scanner. Vielleicht, Ihre Bank kann Ihnen, Herr Bergmann, diese Transaktion per E-Mail schicken. Kann auch sowas sein. Wir haben auch solche Fälle gehabt. Also, Sie können zu Ihrem Bank sagen, als Bestätigung diese Transaktion per E-Mail schicken, als PDF-File oder als Kontro-Auszug, wo nur diese Transaktion steht. Jo, ich kann den Jochen ja mal fragen, ob der sowas machen kann. Fragen Sie ja, wenn es so geht. Ja, schauen wir mal. Wenn nicht, dann sollen wir abwarten. Was können wir dann tun? Ja, aber es wäre sehr gut, damit Sie auch Bonusgeld nicht verpassen. So, Herr Bergmann, ich werde dann jetzt nach unserem Gespräch kurz in zwei Minuten diese Bankverbindung senden. Und ich werde heute bis 17 Uhr auf Ihre Rückmeldung per E-Mail warten. Okay? Jo, dann schicken Sie mal das Ding los. Weil, falls ich da noch eine Frage habe, dann bleiben Sie am besten so lange am Telefon. Jetzt gleich soll ich also dabei bleiben, oder? Was meinen Sie, Herr Bergmann? Jo, genau das meine ich. Okay, kleinen Moment. Dann, welche Frage haben Sie noch, Herr Bergmann? Das weiß ich ja noch nicht. Ich will ja erst mal gucken, ob da alles richtig angekommen ist. Okay, alles klar. Jetzt dann, ich brauche ein paar Minuten. Ich soll auf Ihre Buchhaltung warten. Auf unsere Buchhaltung warten. Kleinen Moment. Und per E-Mail dann separat mit dem Titel mit Betreffung Bankdaten. Sende ich Ihnen das. Bankdaten. Herr Bergmann, das dauert ein bisschen. Aber ich habe schon das bekommen. Okay. Verwendungszweck hat hier der Kunde verschiedene Verwendungszwecke. Deswegen, ich habe darauf gewartet. Jetzt schicke ich schon raus. Okay. Bankdaten. So heißt meine Nachricht, Herr Bergmann. Schauen Sie, das ist unsere europäische Bankverbindung. Das ist unsere Kryptobank in Europa. Natürlich, wir machen Umtausch. Aber Sie, wie gesagt, bekommen Sie die Summe bis zum letzten Cent gutgeschrieben auf Ihrem Balance. Das spielt für Sie keine Rolle. Ich habe schon das rausgeschickt. Schauen Sie. Ja, noch ist nichts da. Aktualisieren Sie den Posteingang? Jo, mache ich. So, nun ist das was da. Ist angekommen, ja? Jo. Ich sehe. Was? Steht dort Empfänger, IBAN, Verwendungszweck. Nur diese Daten brauchen Sie eigentlich, Herr Bergmann. Als Betrag, wissen Sie schon, die minimale Summe, 250 Euro, sollen Sie eingeben. Und das war's. Dann können Sie schon die Transaktionsbestätigung mitnehmen von Ihrer Bank. Wo ist denn diese Bank? Das ist unsere europäische Bankverbindung, wie gesagt, Herr Bergmann. Das ist unsere Kryptobank in Europa. Ja, wo denn in Europa? Wie bitte? Wo denn? Wo ist diese Bank? Ja, genau. Das war meine Frage. Das ist Lithuanien. Was ist denn Lithuanien? Herr Bergmann, das spielt für Sie keine Rolle, wie gesagt. Ich weiß natürlich ganz genau, wo ist diese Bank. Ja, aber ich nicht, deswegen frage ich ja auch. Wo ist Lithuanien? In Europa, Herr Bergmann. Ich kenne kein Land mit dem Namen Lithuanien. Litauen kennen Sie bestimmt, Herr Bergmann. Ach, Litauen. Litauen. Ja, genau. Ja. Ach so, Lithuanien ist ja was anderes. So, und wo ist Ihre Firma dann? Unsere Firma, wir haben verschiedene Niederlassungen, Herr Bergmann. Für deutschsprachige Kunden. Wir arbeiten in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Oh. Aber wir arbeiten auch für englischsprachige Kunden und so weiter und so fort. Deswegen, wir haben viele verschiedene Niederlassungen. Ja, und wo ist Ihre Firma dann angemeldet? Weil meine Firma ist ja auch irgendwo angemeldet. Was meinen Sie, Herr Bergmann? Wo ist denn Ihre Firma angemeldet? Ihre Hauptfirma? Das ist unsere Hauptfirma, das ist Double Capital. Unsere Plattform haben Sie schon gesehen, Herr Bergmann. Und Sie können alle Informationen auch... Ich habe ja gefragt, wo die sitzt, diese Firma, diese Hauptfirma. Wo ist die gemeldet? In Österreich, in Wien, Herr Bergmann. Ja, aber das ist eigentlich Online-Handelsplattform und wir arbeiten nur online. Ja, aber deswegen muss man ja trotzdem irgendwo eine Firma anmelden. Ja, und? Ja. Also, Herr Bergmann, äh, ja, bitte? Und Sie sind also eine österreichische Firma? Wie bitte, Herr Bergmann? Ach, hören Sie mich schlecht? Nein, jetzt höre ich Sie besser. Ich habe gefragt, ob Sie eine österreichische Firma sind. Wir sind europäische Unternehmer, Herr Bergmann. Wie gesagt, das ist Online-Handelsplattform. Ja, wir arbeiten überall Euro. Das müssen Sie nicht dauernd wiederholen. Aber eine Firma hat immer einen Hauptsitz. Meine Firma hat ja auch einen Hauptsitz. Und dieser Hauptsitz ist dann in Österreich. Ja, genau. Hauptsitz ist in Österreich, Herr Bergmann, wie gesagt. Aber wir arbeiten in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Aber ganz genau, was möchten Sie wissen? Ja, Sie müssen das nicht immer wiederholen. Also, Sie sind eine österreichische Firma, ja? Ja, genau. Ich sehe Ihre Adresse auf Ihrer Webseite gar nicht. Wo ist denn diese Firma? Haben Sie da mal die Adresse für mich? Auf unserer Plattform können Sie alle Informationen finden, Herr Bergmann. Nach unserem Gespräch können Sie das nachschauen. Ich sehe das noch nicht. Wo finde ich das denn? Okay, dann ich sende Ihnen diese Informationen vor E-Mail. Das möchte ich schon gerne wissen. Okay, aber detailliert kann ich Ihnen diese Adressen und so weiter nicht sagen, Herr Bergmann. Das können Sie entweder selbst finden auf unserer Plattform oder ich kann das Ihnen schriftlich schicken, Herr Bergmann. Hallo, 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 mein Mund halten. Hören Sie doch mal auf zu reden. Hören Sie nicht jetzt, Herr Bergmann. Hören Sie doch mal den Mund. Hören Sie doch mal den Mund, ja? Hallo? 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 Ja, hallo, guten Tag, Andrea Santos. Ja, hören Sie mich? Ja. Okay, so, Andrea Santos bin ich, ja? Ich melde mich von KryptoPilotBot. So, ich wollte mit Ihnen ganz kurz sprechen über Ihre Erfahrungen mit Online-Handel. Mit wem wollen Sie jetzt sprechen? Sie sind... Hier wohnen wir... Herr Baumann, oder? Bitte? Werner Bruma. Ja, das bin ich richtig. Genau. Genau. So. Haben Sie vielleicht Erfahrung gehabt früher mit Online-Handel oder haben Sie... Ja, ich habe schon eine Menge mit Online-Handel, ja. Ich habe jede Menge Möbel verkauft. Okay. Okay. Haben Sie eine gute oder schlechte Erfahrung? Beim Verkauf habe ich immer gute Erfahrungen gehabt. Ich habe jede Menge Möbel verkauft. Okay. Okay. Handeln Sie selber oder mit Unterstützung? Na, zum Möbel verkaufen braucht man ja keine Unterstützung. Ach so. Aber ich meine Handel bei der Börse, ja? Nö, da habe ich keine Erfahrung. Sie haben ja nur nach Online-Handel-Erfahrung gefragt. Ach so. Okay. Bei der Börse haben Sie keine Erfahrung? Nee, das sagte ich. Haben... Okay. Haben Sie noch nicht... Äh... Noch nie... Äh... Gehandelt bei Online-Handel? Äh... Meine ich... Äh... Bei der Börse? Das sagte ich bereits, ja. Okay. So, ich kann Ihnen auch unsere Plattform zeigen, ja? Ja, erzählen Sie doch erstmal, welche Firma Sie sind, was Sie machen. Genau. Ja. Genau. Ich bin von Crypto Pilot Bot, ja? Sie haben sicherlich eine Webseite? Über... Wir... Ja. Dann nennen Sie mir doch bitte mal die Webseite. Genau. So, wir handeln über Kryptowährung, ja? Ähm... Hat Sie mich verstanden? Und normal, wir haben... Ja. Ja, dann bitte. So, soll ich, äh, die Plattform zeigen, oder? Nein, Sie soll die Plattform nennen, dass ich mir Sie angucken kann. Okay. Äh... Haben Sie etwas zum Schreiben da, oder? Oder sind Sie bei Google? Nennen Sie einfach die Plattform. Okay, schreiben Sie. C wie C... Genau. C wie Cäsar. Ja. Ich buchstabiere gerade, okay? Ja, gut. C wie Cäsar. R wie Richard. Ypsilon. B wie Paul. T wie Theodor. Ovi Otto. B wie Paul. Yvi Ida. Elvi Ludwig. Ovi Otto. T wie Theodor. B wie Bertha. Ovi Otto. T wie Theodor. Ovi Otto. Triptopilot.com Triptopilot.com Das ist Ihre Webseite. Augenblick. Triptopilot.com Genau. Ja, Augenblick. Muss ich erst mal aufrufen. Ich hab hier erstmal nur mitgeschrieben. Ah ja, gut. Und wann hatte ich mich da angemeldet? Haben Sie gefunden, oder? Wann hatte ich mich da angemeldet? Weil die Seite kenne ich so gar nicht. Ich frage es nochmal. Wann hatte ich mich dort angemeldet? Dass Sie mich anrufen? Äh, ich hoffe von, äh, einer Woche, ja. Sie hoffen vor einer Woche? Sie müssen das doch genau wissen, wenn ich mich da angemeldet habe. Nein, genau, ich habe gerade geguckt. Und Sie haben, äh, von einer Woche das gemacht, die Anmeldung. Haben Sie gemacht? Nein. Wir haben selber hier gemeldet. Nee, also ich bin das erste Mal auf dieser Webseite. Deswegen wundert mich das ja. Aber erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihre Firma. Okay. Ja, äh, das ist, äh, eine gute Möglichkeit, ja. Wo Sie, äh, eines, zweites Lohn am Ende dieses Monats, äh, gewinnen können, ja. Ja, erreichen. Ja, weil wir haben auch, äh, unsere Finanzberater, ja, als für ihn handelt, ja. Und jedes Monat Profite erreicht. Und nochmal, wir haben auch, äh, Handels, äh, über, äh, Robot. Ich hoffe, haben Sie gehört über den Handelsrobot. Er handelt alleine, ja. Ja, und schaut, äh, die Preise, ja. Beispiel, äh, wenn Sie bei Binance Bitcoin kaufen, ja, es ist ein bisschen, äh, es ist ein bisschen teuer, ja. Ja, und wir haben unseren Robot, ja, er findet, wo er, äh, große, äh, als, äh, Binance verkauft, ja. Kauft und verkauft. Verstehen Sie mich, was ich meine? Nee, nicht so genau. So. Ich, äh, wir nehmen ein Beispiel jetzt, okay? Ja, dann mal los. Sie kaufen, äh, eine Bitcoin, Sie, Sie kaufen eine Bitcoin bei, äh, Binance, okay? Und, äh, es kostet 38.000, nehmen wir ein Beispiel. Und, wie, äh, wir, die Roboter, ja, verkauft den, äh, Bitcoin bei, äh, Coinbase, ja? Ja, und bei Coinbase ist, äh, 83.000 und 1.000 Euro, ja? Und da, wir haben 1.000 Euro Profit, okay? Ja. Also, bei Binance war 38.000, ja, und bei, äh, Coinbase war 89.000, äh, 39.000, ja, die Bitcoin. Wir kaufen, äh, wir kaufen, äh, Beispiel bei Binance, und normal, wir, äh, wir verkaufen bei, äh, Coinbase. Und, und, sie haben da ihre Profit erreicht, ja, von die 1.000 Euro. Ja. Haben Sie mich verstanden? Ja, das habe ich verstanden. Aber, genau, so, äh, es geht auch bei uns, ja? Und, äh, Beispiel, wir, wir kaufen nicht, äh, die ganze Bitcoin, ja, weil, normal, die Bitcoin, es kostet gerade 40.000, ja? Ja, und, äh, es sind, äh, viel Geld, ja, aber ich meine mit einem minimalen Betrag, ja, wir, äh, die Roboter geht immer, wo, äh, das, äh, Summe kleiner ist, okay? Und, und, wird automatisch da, äh, kaufen, und weiter bei einer anderen, äh, bei einer anderen, äh, bei einer anderen, äh, Krypto, verkauft, ja? Wo, normal, bisschen teuer ist. Und, normal, wir werden da, äh, äh, den Profit gehabt und erreicht. Das ist sehr holperig erklärt, also, irgendwie, ich kann Ihnen auch, äh, es ist, äh, Sie sprechen leider sehr schlecht. Deutsch, also, ich verstehe das kaum. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Okay, ich werde Ihnen, äh, mit, äh, einer von unseren Experten verbinden, okay? Ja, gut, das machen Sie das mal. Nur ganz kurz, bleiben Sie gut, okay, bleiben Sie kurz in Leitung. Ja. Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Ja, ich begrüße Sie, der Christian Hof am Apparat. Ja. Hallo? Hallo? Sie sind der Werner Prümmer, ja? Ja, richtig. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Soll ich lauter reden? Super. Nein, ist alles in Ordnung, Herr Prümmer. Ja. Ich höre Sie sehr, sehr gut. Ja, warum fragen Sie dann nach? Okay. Sie wollten gerne mit mir reden, Herr Prümmer? Ja, ich wollte mit jemandem reden, der ein bisschen besser Deutsch spricht als Ihr Kollege. Der hat sehr gestammelt und sehr schlechtes Deutsch gesprochen. Ich will Ihnen mal ganz kurz den Grund des Anrufs erklären. Das wäre gut, ja. Ja. Okay, super. Aber wir hatten von Ihnen eine Anmeldung bekommen, ja? Mit dem Werner Prümmer, Ihre Telefonnummer. Wann hatte ich mich da angemeldet? Das ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Ja, es ging da vor einer Woche, denke ich mal. Nee. Ja. Es ging da um eine Handelssoftware für Kryptowährungen. Vor einer Woche war ich auf dieser Seite nicht drauf. Das weiß ich. Okay, okay. Dann kann es vielleicht ein bisschen länger her gewesen sein. Also ein genaues Datum habe ich jetzt nicht hier stehen. Ich habe mir Ihre Anmeldedaten erhalten. Ja, das müssen Sie doch wissen, wenn ich mich bei Ihnen angemeldet habe. Dann kriegt man doch normalerweise immer... Genau, bei Bitcoin Prämien. Ach, dann habe ich mich nicht auf Ihrer Seite angemeldet. Oder doch? Bei Bitcoin Prämien haben Sie sich angemeldet. Ja, also nicht bei CryptoPilotBot. Das ist ja ein Unterschied. Genau, also wir bieten den Service an. CryptoPilotBot. Ja, wo Sie die Werbung stehen haben bei Bitcoin Prämien. Deswegen habe ich mich ja nicht auf... Ihr Kollege hätte gesagt, ich hätte mich auf Ihrer Webseite angemeldet. Nein, habe ich nicht. Die Webseite sehe ich das erste Mal. Nein. Das heißt, ich habe mich woanders angemeldet. Richtig, genau. Gut, dann haben wir das doch. Richtig. Sie hatten auf die Werbekampagne reagiert. Und es ging da um den automatisierten Handelsroboter für Kryptowährungen. Und wir bieten diesen Service an. Okay, gut. Und Sie bieten nur für Kryptowährungen an oder auch andere Dinge? Wir bieten auch andere Dinge an. Also normales Trading bieten wir auch an. Ja, mit Hebelprodukten. Oder auch natürlich das Arbitrage. Aber ich weiß nicht. Haben Sie Vorerfahrungen? Ich habe eine Menge Erfahrung. Kommt drauf an, was Sie meinen. In welchen Bereichen. Okay. Im Trading Online-Handel? Mit dem Online-Handel? Mit dem Habitage? Ist Ihnen wahrscheinlich ein Begriff? Referenzen? Referenzen? Referenzenhandel? Oder haben Sie schon mit Aktien, mit Rohstoffen? Ja, wenn ich dann mal antworten dürfte, wäre es ganz gut, weil Sie unterbrechen mich hier pausenlos. Also, ich habe Erfahrung mit Online-Handel, aber nicht mit Online-Handel in Sachen Finanzen. Okay. Ja. Okay. Das heißt, in dem Bereich, was ich Ihnen gerade anbiete, hatten Sie noch nie irgendeine Berührung gehabt? Nein. Noch nie irgendwas? Okay. Okay. Dann kann ich Ihnen ja vielleicht, ich weiß nicht, haben Sie eben verstanden, wie der Handelsroboter funktioniert, wie der arbeitet im Bereich Abitrage? Das, was Ihr Kollege erklärt hat, war nicht zu verstehen. Dann erklärt Sie es doch noch mal, bitte. Okay. Okay. Gut. Ich erkläre Ihnen einfach mal. Ja. Wenn Sie einfach mal schauen, der Bitcoin ist ja gestiegen heute auf 41.000 Euro. Ja. Vorjem Monat 26.000 Euro, heute 41.000. Das heißt, wir haben hier zugelegt um 15.000 Euro. Ja. Bei uns, der Handelsroboter, verbindet sich mit 25 Crypto-Exchanges. Ja. Sind 25 Crypto-Exchanges vielleicht ein Begriff? Coinbase, Binance, Bitpanda, schon mal gehört? Die Namen sagt mir was, ja. Okay. Okay. Das sind Crypto-Exchanges, Crypto-Banken. Ja. Und da können Sie Krypto-Währungen kaufen oder verkaufen. Okay. Ja. Und jede Crypto-Exchange bietet einen anderen Preis an. Ja. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie eine Anmeldung haben. Ja. Hallo. Ähm, wenn Sie zum Beispiel schauen. Ja, hören Sie mich? Ja, warum sagen Sie denn zwischendurch nichts? Ja, wenn Sie zum Beispiel ein Konto haben bei Binance, ja. Wenn Sie ein Konto haben bei Binance und haben ein Konto bei Coinbase, ja. Und der Bitcoin kostet zum Beispiel 41.000 Euro bei Binance und 40.100 bei Coinbase, ja. Haben Sie die Möglichkeit, den Bitcoin zu verkaufen mit 100 Euro Differenz. Ja. Ich dachte immer, das hieße Binance. Verstehen Sie, was ich meine? Binance, genau. Habe ich doch erzählt, oder? Nee, Sie sagen Binance. Ja, Binance, Binance, ja. Ja, können Sie aussprechen, wie Sie gerne möchten. Okay. Ja, und das heißt, wir haben hier den Handel mit Differenzen. Unser Handelsroboter erkennt Preisdifferenzen, kauft und verkauft für Sie. Ja, und das automatisch. Das heißt, wie ist es? Das Ganze macht er mit 25, ja. Ja, vielleicht einfach mal. Fragen Sie mich. Ja, ich versuche es ja die ganze Zeit, aber Sie reden in eins durch. Also, wenn ich zum Beispiel ein Bitcoin kaufen will und behalten will, dann mache ich ja keinen Gewinn, wenn ich ihn nicht verkaufe. Bieten Sie auch Bitcoins so an, die ich halten kann? Sie können ein Holding bei uns machen. Also, Ihr Geld wird sowieso gehalten. Einmal ein Bitcoin, einmal ein Euro bei uns. Ja. Okay, gut. Also, Sie hätten alleine bei uns jetzt, Sie hätten bei uns alleine profitiert, ja, mit über 55 Prozent in einem Monat. Ja, von hätten haben wir ja nun im Nachhinein nichts mehr, ne? Das ist ja nun vorbei. Hätten. Richtig, richtig. Ja, richtig. Gut, das heißt... Gebe ich Ihnen vollkommen recht, ja, mit hätten. Hätte, hätte, Fahrradkette, wie es so schön heißt. Naja, aber Fakt ist also, Sie bieten auch quasi... Wenn Sie zum Beispiel... Oh, es ist ein bisschen müßig mit Ihnen zu telefonieren. Sie reden immer dann dazwischen, wenn ich gerade was anfange zu sagen. Also, man kann also auch Bitcoins bei Ihnen kaufen. Richtig. Okay. Also, Sie bieten nicht nur... Ich hatte mich ja im Vorfeld mal ein wenig informiert. Sie bieten also nicht nur CFD-Handel an, ja? Nein, also, Ihr Geld bei uns wird gehalten, einmal auch in Euro und in Bitcoin. Ja, das hat... Das heißt, Sie besitzen automatisch Bitcoin bei uns. Das heißt, Sie bieten, nochmal die Frage, keinen CFD-Handel an? Nein, nein. Also, Abitrage ist eine Handelssoftware, die Preisdifferenzen erkennt. Und es geht darum, dass der Roboter für Sie im Gegensatz zu CFD-Handel, ja, Sie haben bei uns einen Finanzberater. Der Finanzberater zeigt Ihnen natürlich, wie Sie hier das meiste Geld verdienen können. Wie Sie hier neue Kontostufen erreichen können, ja? Und bekommen auch dementsprechend eine Beratung, wie man zum Beispiel nochmal mehr verdienen kann. Ja, und es geht bei uns darum, dass der Roboter hier mit 14 Kryptowährungen arbeitet, ja, 25 Krypto-Exchanges in Verbindung steht, Preisdifferenzen sieht, wo kostet Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Solana, Catano, wo ist es am günstigsten, wo ist es am teuersten. Ja, und es ist ganz einfach so, der Handelsroboter macht für Sie hier 30 Trades pro Stunde, 720 Trades am Tag. Gut, und dabei geht es nur um Kryptowährungen. Also, mit Aktien machen Sie gar nichts, denn dieser Roboter kann nicht Aktienkurse rausfinden und dann beraten in Sachen Aktienkurse? Abitrage wird auch im Aktienhandel oder auch im Goldhandel eingesetzt, ja, aber es geht darum, die Software Abitrage, wir haben mehrere Plattformen, ja, und es geht ganz einfach darum, wenn zum Beispiel jemand gerne mit Aktien oder mit Gold, mit Rohstoffen arbeiten möchte, ja, dann kann man natürlich auch zu unserer anderen Plattform rüber switchen. Das heißt, Sie können dann mit einem Hebel arbeiten, mit einem Broker, der zum Beispiel sagt, ich kaufe heute Aktien, ich kaufe Öl oder ich verkaufe das, ja, das sind immer, ist natürlich eine ganz andere Sache als wie Abitrage. Ja, also wenn Sie sagen, ich möchte gerne mit Aktien handeln, dann würde ich Ihnen natürlich CFD-Handel empfehlen. Na gut, das CFD-Handel ist ja, aber CFD-Handel ist ja nun das Gefährlichste, was man hat. Ich weiß, was CFD heißt, ich hatte mich ein wenig informiert, das ist ja nun mal die riskanteste Art zu handeln, das ist ja im Prinzip nur Wetten auf den Kurs. Richtig, richtig, ja, dann gibt es halt noch Optionen, Optionen heißt zum Beispiel, man kann sich halt festlegen, zu welchem Zeitpunkt natürlich Kurse nach oben, nach unten gehen, gewisse Preise erreichen, ja. Das ist natürlich immer, wie soll ich sagen, ja, sehr volatil, also es ist sehr risikoreich. Ja, es ist ein Wettel. Und es wird ja auch noch vorgewarnt, dass die Anleger, richtig, richtig, ja, also sehr spekulativ, dass Anleger hier Geld verlieren. Und jeder warnt ja auch davor im CFD-Handel erstmal, dass man nur mit Geld arbeitet, was man wirklich übrig hat. Und dass natürlich Leute hier 70 Prozent oder teilweise manche noch mehr ihr Geld verlieren. Und natürlich kommt auch der schlechte Ruf daher, ja. Aber was ist, wenn ich zu Ihnen gesagt hätte, Herr Prümer, lassen Sie uns einfach Bitcoin kaufen. Vor einem Monat 26.000 Euro eingekauft. Wir hätten heute mit einem Höchstpreis von 41.000 Euro verkauft, ja, und Sie hätten das bei uns auch auf der Plattform machen können, haben aber nochmal zusätzliche Prozente, ja. Wenn ich Ihnen ein Beispiel geben darf, wenn ich zum Beispiel einen Bitcoin, der Bitcoin, wie gesagt, ändert sich ja jede Minute der Preis, ja. Das heißt, es wird bei Bitcoin jede Minute ein anderer Preis angezeigt, bei Binance, ja, bei Coinbase, bei OK, bei Bitfinex, ja. Und hier können wir natürlich schauen, ja. Wir können mit einem Trade, mit einem Bitcoin bis 100 Euro verdienen. Ja, das macht der Kryptobot für Sie. Gibt es auch sehr schöne Videos, ja, die man sich auf YouTube einfach mal anschauen kann. Und natürlich ist es so, je nach Paket, was Sie natürlich bei uns anfangen, haben Sie verschiedene Prozente, ja. Kleine Prozente haben Sie 0,2 bis 0,5 Prozent. Dann haben Sie zum Beispiel, wenn Sie bei 3.000 Euro einsteigen, haben Sie 0,3 bis 0,7 Prozent. Was sind diese Prozente? Und natürlich ab 5.000 Euro. 0,3 Prozent von was? Das sind die Prozente. 0,3 Prozent aufs eingezahlte Kapital täglich. 0,3 Prozent Gewinn auf das eingezahlte Kapital. Das heißt, welche Summen wird bei 3.000 Euro täglich bei 3.000 Euro. Das ist nicht viel, 0,3 Prozent täglich. 0,3 bis 0,7, ja, also das ist das Mindeste und das ist das Höchste, was der Roboter erreichen kann, ja. Wird auch auf unserer Plattform, ist das beim Kryptopilot, wenn Sie zum Beispiel aufmachen, ja, stehen zum Beispiel auch die Ebenen da, wo Sie einfach die Preise sehen, ja. Und es geht darum, wenn Sie zum Beispiel bei uns mit einem kleinen Paket anfangen, 250, 500, 1.000 Euro, haben die Kunden 0,2 bis 0,5 Prozent, ja. Das ist immer so, wo die meisten erst mal probieren wollen. Zusätzlich natürlich wird Ihr Geld in Bitcoin gehalten und in Euro, also es wird angezeigt in Euro und in Bitcoin. Was heißt das für Sie, ja? Bei 55 Prozent Kursanstieg in einem Monat, ja, hätten Sie diese 55 Prozent nochmal dazugerechnet, ja, auf das, auf die 0,5, was der Handelsroboter jeden Tag für Sie erzielt. Ja, welcher Kurs von welcher Währung steigt innerhalb von einem Monat um 55 Prozent an? Bitcoin. Bitcoin ist gestiegen. Bitcoin ist im letzten Monat nicht um 55 Prozent gestiegen. Das stimmt ja nicht. Nicht im letzten Monat, nein. Sie haben doch gesagt, in einem Monat, dass es sich um 55 Prozent steigt. Es gibt keine Währung, die um 55 Prozent innerhalb von 30 Tagen steigt. Warum Währung? Warum erzählen Sie Währung? Ihr Geld wird einmal gehalten, einmal in Kryptowährungen, wird angezeigt in BDV, einmal in Euro. Ja, das sind beides Währungen. Richtig, richtig. Und was ist der Bitcoin gestiegen in diesem Monat? Ja, aber in dem letzten Monat nicht um 55 Prozent. Wir haben, wir sind gestartet bei 26.000 Euro. Ist das richtig? Das weiß ich nicht, weil ich ihn so nicht verfolge. Aber ich weiß, dass der Bitcoin nicht in einem Monat um 55 Prozent gestiegen ist. Wir sind mit 26.000 Euro gestartet. Ja, gut. Dann ein Monat später? Ja, ich merke das schon. Ja, das ist was ich meine. Auch wenn der Bitcoin angenommen 20 Prozent steigen tut. Ja, diese 20 Prozent sehen Sie bei sich auf dem Konto. Ja, gut, okay. Gut, aber das ist ja nun sehr volatil. Wie sieht es denn aus mit Aktien und so weiter? Oder mit Rohstoffen? Sie sagt, Sie haben verschiedene Plattformen. Welche Plattformen haben Sie denn da? Scheinpilot. Scheinpilot? Weil noch habe ich mich ja nicht genau entschieden, mit was ich handeln möchte. Können Sie mir vielleicht einfach mal die Plattformen zusenden, mit denen ich eventuell handeln könnte, wenn ich mich entschieden habe, dass ich da schon mal einen Überblick habe? Kann ich Ihnen gerne zusenden. Ja, wo soll ich Ihnen das senden? Ja, das ist ja schon eine Weile her. Dann gebe ich Ihnen mal eine E-Mail-Adresse. Die heißt all-in. Ich habe hier... Ich wollte Ihnen gerade eine neue E-Mail-Adresse geben, weil ich für die Alte kein Passwort mehr habe. Schreiben Sie mit? Okay. Ja, ich schreibe mit. Anton Ludwig Ludwig Unterstrich Ja. Ida Nordpol Unterstrich Martha Anton Ida Ludwig Siegfried Haben Sie es? Warten Sie ganz kurz So, all Unterstrich All Unterstrich In Unterstrich Mails All Unterstrich In Warten Sie Unterstrich In Ja Unterstrich Mails Unterstrich Unterstrich Mails Mails Marta Anton Ida Ludwig Siegfried Also all Unterstrich In Unterstrich Mails Mails Marta Anton Ida Ludwig Siegfried Mails Wenn Sie mich mal ausreden lassen und nicht dazwischen reden Nochmal Nochmal Anton Ludwig Ludwig Unterstrich Ida Nordpol Unterstrich Marta Anton Ida Ludwig Siegfried At Mailbox Mailbox Ja Wo zum Beispiel ist der Sitz dieser Firma Der Sitz der Plattform ist in England In England Okay Bekommen bei uns deutschsprachige Mitarbeiter Genau Bekommen bei uns deutschsprachige Mitarbeiter Ja Na gut und wie könnte man gegebenenfalls bei Ihnen einzahlen Sie können bei uns einzahlen drei verschiedene Möglichkeiten Kreditkarte, Kryptowährung Oder auch normale Banküberweisung Gut okay und das würde dann für alle Und das würde dann für alle Arten gelten mit denen ich handeln will zum Beispiel Rohstoffe, Aktien oder Krypto Richtig Richtig Ja Gut dann können Sie mir gleich Wenn ich mich dann entscheide könnte ich ja dann gleich zu Ihnen überweisen Das heißt schicken Sie mir bitte mal die Bankdaten mit Dann mache ich das per Banküberweisung Okay Okay Wie viel wollen Sie denn gerne anfangen? Das weiß ich noch nicht Habe ich noch nicht genau festgelegt Das kommt ja auch darauf an, was ich Mit was ich handeln möchte Aber das sehen Sie ja dann, wenn ich überwiesen habe Okay, verstehe Ja, verstehe Verstehe Okay Gut, weil im Endeffekt Ich muss bei uns immer genau wissen Mit welchem Betrag Die Bankdaten werden dann nämlich bei unserer Finanzabteilung für Sie erstellt Wieso Müssten Sie für jeden Kunden ein eigenes Konto erstellen? Ich denke, Sie sind eine Firma und haben ein Konto Das müssen Sie doch nicht neu erstellen Es geht über Verwendungszweck Ja, wir müssen ja für jeden Verwendungszweck Verwendungszweck haben, um die Teilung zu verordnen Das ist ja ganz einfach mein Name Richtig Richtig Richtig, genau Ja, nach Verwendungszweck nicht nur das Sie sind nicht bei uns der einzigste Kunde Ja, deswegen sage ich doch Verwendungszweck Ach, nicht immer dazwischenreden Es gibt beim Verwendungszweck Zum Beispiel Einen einmaligen Namen Ich glaube nicht, dass Sie mehrere Kunden mit meinem Namen haben, oder? Natürlich kann ich auch das mit Namen zu ändern Ja, also Zuordnen, aber natürlich ist es bei uns so Ich werde bei Ihnen das erstellen Und Sie bekommen bei uns wie jeder Antreihen Verwendungszweck zugewiesen Ja, gut, okay Dann senden Sie mir die Bankdaten schon mal zu Mit dem Verwendungszweck Ja Kein Problem Und ich brauche von Ihnen dann auch noch, wenn Sie gerne einzahlen möchten Brauche ich von Ihnen noch ein paar Unterlagen Ja, natürlich Weil ich sie verifizieren muss Brauche ich von Ihnen noch Ausweis vor der Rückseite Kennen Sie wahrscheinlich Ja, das wird ja heutzutage über das Post-Identverfahren oder Video-Identification gemacht Ja, richtig Genau, das bieten Sie also auch an Gut, sende ich Ihnen alles zu Ja, ich bleibe am Telefon, damit ich sehe, was ankommt Wenn ich noch Fragen habe, kann ich das gleich fragen Ich erwarte jetzt Ihre E-Mail Ich bleibe am Telefon Da hat das nette Kryptokind sich so eine Mühe gemacht, mir alles festlich zu erklären Und als er dann merkte, dass er keinen Ausweis von mir zugemeldet bekommt Sondern, dass ich das Post-Ident oder Video-Ident nutze, hat er einfach aufgelegt So richtig weihnachtlich ist so eine gruselose Verabschiedung ja nicht Ich für meinen Teil verabschiede euch mit meinem Dank fürs Dabeisein in die Weihnachtsfeiertage Und bin mir sicher, dass ihr nur nette Menschen um euch habt Genießt die Zeit mit euren Lieben und dem leckeren Weihnachtsessen Lasst euch beschenken und freut euch über die strahlenden Augen derer, die ihr beschenkt habt Bis zum nächsten Video, euer CodeCenter Crusher